Willkommen zum Klemmbausteiner Untergrund Podcast und wir starten ein neues Format im Format. Ich bin der Marco alias Donnergurgler und mit mir am Start ist heute der Solcher. Hi Solcher. Servus Leute. Heute sind wir nur zu zweit. Das hat sich ja zu spontan ergeben. Die letzten Male war ich nicht dabei. Irgendwie werden wir schon mal wieder hinkriegen, dass wir alle sind. Aber wir haben ein neues Format im Format und zwar auf ein Getränk mit. Das ist ein Interviewformat, wo wir eher so handhaben. Das kann man gut vorproduzieren und da kann man mal mit Menschen Gespräche führen, ein bisschen gemütlicher, vielleicht ein bisschen inspiriert von Markus aus der Klemme. Der hat früher, ich glaube, das war einer der Ersten, die so ein Interviewformat als Stream hatten. Wir machen es jetzt als Podcast und da das jetzt recht spontan war, haben wir uns gedacht, wir haben uns noch nie gegenseitig interviewt. Und so fange ich heute mal an auf ein Gespräch mit dem Solcher. Ja, das könnte interessant werden. Ja, das Gute ist, für zweit, da kannst du dann immer reden und ich frage wieder mal und dann redest du wieder. Das wird super. Ach so, du meinst, du hast dann keine Angst, dass die Redezeit zu gering sein wird? Ne, das glaube ich nicht. Das ist sozusagen mit einkalkuliert. Irgendwann los würde ich sagen, fangen wir ganz vorne an. Du bist im normalen Leben der Andi, Andreas, glaube ich. Genau, ja, Andreas, aber sonst sagt tatsächlich keine Sau zu mir. Außer meine Frau wahrscheinlich, wenn sie mal sauer ist. Aber alle sagen schon immer seit Schulzeiten nur Andi zu mir mit einem Spitznamen. Und ja, it's a real life name. Sind wir ein paar Randdaten zu dir? Baujahr? Wann schon in Rente? Ach so, das Witzige noch zum Namen ist eigentlich, dass in der Community trotzdem jeder Solcher nur so mir sagt. Also auch die Leute, die meinen richtigen Namen kennen. Wenn man sich so trifft, meine ich ja, dass natürlich online, in Streams, ist das ja normal, dass wir uns mit der Neugirgler und Solcher oder so ansprechen. Also mit den gängigen Namen in der Community. Aber auch, wenn wir oft Reffen sind oder so. Die Leute, die mich näher in der Community drin sind und mich kennen, sprechen mich auch alle mit Solchern. Das ist, also da reagiere ich tatsächlich teilweise auf Andi gar nicht. Ja, also ein paar Grunddaten. Ich bin 86er Baujahr. Und somit noch ein junger Spund. Ja, noch Küken, Küken. Die vier dauert noch ein bisschen. Nicht mehr lange, aber noch ein bisschen. Ja, komme aus dem Schwäbischen. Auch wenn das Dialekt technisch bei mir nicht hört. Im Gegensatz zum Timo zum Beispiel. Bei dem rutscht das dann schon immer gerne mal raus. Aber durch das, dass ich Grenzgänger bin, in Ulm aufgewachsen, in Neu-Ulm geboren. Das heißt, als ich in Bayern geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen und dann auch noch in der Stadt überwiegend. Das war das Land auch sehr gut kennengelernt. Ganz kurz, da muss ich einhaken. Du sagst, du hast keinen Dialekt. Ich finde, dass ich im Verhältnis zum richtigen Schwäbischen eigentlich keinen Dialekt habe. Okay. Verhältnismäßig, ja. Also es gibt schon genügend Leute, die wirklich im Dialekt sprechen. Mir rutschen zwar manchmal das ein oder andere Wort, aber aus verschiedenen Dialekten raus. Das ist doch einfach meine Historie. Dass ich acht Jahre beim Bund war, da viel unterwegs war und man einfach viele Leute trifft, schnappt man halt hier und da mal ein Wort auf. Ich habe mal zum Kumpel gesagt, du, wir müssen auch die Reifen holen. Und der hat sich weggekullert wie Sau. Er hat Reifen gesagt. Das ist halt aus dem Sächsischen. Er hat was gesagt? Reifen gesagt. Was heißt der Reifen? Wir waren bei mir in der Werkstatt. Ich habe früher auch nicht hobbymäßig eine Werkstatt noch gehabt. Ich bin gelernter Kfz-Zettler, nutze ein Kraftfahrzeug-Schlosser und habe halt mir einen Oldtimer vor Jahren mal hergerichtet. Und da ein 1964er Strandbuggy auf Käferfahrgestell wollte ich eigentlich nur, das ist ein Running Gag in meinem Freundeskreis, einfach nur ein bisschen Farbe, ein bisschen Elektrik, weil die Teile waren immer so Bausätze. Die gab es teilweise von manchen Herstellern schon wirklich umgebaut zu kaufen. Aber in der Zeit, in der 60er, Anfang 70er, hast du es selber zusammengespackst. Hast die alte Karosse runtergeschraubt vom Käfer, hast du eine Plastikwanne da drauf gedübelt und dann ein paar Strippen reingezogen. Die Verkabelung, wo ich das Fahrzeug damals gekauft habe, die war Katastrophe. Und ich habe dieses Monk-Verhalten mit meiner Sortiererei, auch bei der Elektrik, jetzt ist schön alles fein, sauber, weil ich mag Elektrik nicht. Und dann muss das aber, wenn dann Hand und Fuß haben, wenn ich da was mache, weil sich selber da Fehler einbauen und dann Fehler suchen, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und halt aus ein bisschen Farbe, ein bisschen Elektrik, ist halt einmal neu. Ich habe ein paar Sachen demontiert, dann kam, weiß ich noch ganz genau, mein Onkel in die Bude rein und sagte, ja, jetzt kannst du die paar Schrauben von der Karosse auch noch wegmachen, dann ist das Ding plank. Ja, ich dachte so, Challenge accepted. Und ja, aus ein bisschen Lacken, ein bisschen Elektrik ist eine Vollrestauration geworden. Es sind tatsächlich nur noch sechs alte Schrauben drin, original, weil die als Rebruch, beziehungsweise als Neuteil sehr teuer gewesen wären und die waren noch gut. Der Rest ist alles sandgestrahlt, pulverbeschichtet, also einmal, wie gesagt, komplett fresh gemacht. Okay, krass. Und das war schon witzige Arbeit, auch wenn ich Glasfaser seitdem nicht mehr sehen kann, weil diese Karosse, so eine Plastikkarosse, die ist einfach aus Glasfaser. Und ich wollte da nicht groß spachteln, dann habe ich alles mögliche erstmal vernünftig wieder zu laminiert. Ja, war eine witzige Arbeit. Okay, mit Autos hattest du ja, weil ich glaube, irgendwie hattest du auch mit RC-Autos mal zu tun. Ja, das war eins meiner ersten kostenintensiven Hobbys, um das quer zu finanzieren, habe ich damals mit als Kind, Jugendlicher besser gesagt, mit 15, 14, 15 angefangen, Zeitungen auszutragen. Da habe ich tatsächlich RC-Modellbau gemacht. Ja, ganz vorn auch mit dem Kumpel Plastikmodellbau. Und da kommt auch die Panzergeschichte her. Ich habe schon als 12-, 13-, 14-Jähriger angefangen, diese Revell-Modelle zusammenzukleben und anzumalen, um mich für die Technik und die Geschichte zu interessieren. Und das hat tatsächlich einen historischen Hintergrund ein bisschen bei mir auch aufgrund der Schule. Ich war in einer Schule mit einem sehr hohen Immigrationsanteil. Und da hat man als Deutscher die Arschkarte gezogen gehabt, muss man ehrlich sagen. Man wurde halt manchmal mit Beschimpfwörtern oder mit Sachen konfrontiert, die man in dem Alter einfach noch nicht wusste, weil sie in Geschichte noch nicht vorgekommen sind. Und darum hat mich das Geschichtliche erst mal um Deutschland interessiert, im Zweiter Weltkrieg, da dann festgestellt, hey, cool, Panzer sind interessant, die Technik ist interessant. Nicht das, was sie anstellen, sondern einfach wirklich die Technik. Und wenn man sich allgemein mal mit dem Thema Geschichte befasst, was Menschen mit Mittelalter und allem davor, also wie viele Gedanken sich Menschen gemacht haben, sich gegenseitig ums Eck zu bringen, ist schon, ja, faszinierend, ist ein bisschen komisch gesagt, aber eigentlich schon eher krank. Eher krank, das ist ganz gut. Ja, es ist einfach so. Und ich finde wirklich die Technik, die Waffentechnik gar nicht so, sondern die Technik so dahinter. Ich fand das auch schon, auch wenn man die Kraftfahrzeugtechnik, fand ich schon immer interessant, dass es gab Zeiten vor dem Verbrennungsmotor, wo wir eine höhere Elektromobilität hatten wie jetzt, also prozentual im Verhältnis gesehen, weil tatsächlich die ersten motorisierten Kutschen elektrisch waren, die keine Pferde mehr vorne hatten und dass da mehr Elektrokutschen gab wie Verbrennerkutschen, weil die Elektrokutschen leichter zu bedienen waren. Weil da musste man ja früher noch sehr viel, und darum sind ja überwiegend am Anfang nur Männer gefahren, weil sie technisch versierter waren, also altes, ganz alte Doktrin, Frau macht Haushalt, Mann macht Technik, weil man musste ja noch den Zündzeitpunkt verstellen, wenn man so ein ganz altes Fahrzeug fahren musste, und man musste da echt viel tun, um das Ding am Laufen zu halten. Und wo dann die Elektrokutschen gab, waren dann auch mehr Frauen damit unterwegs, weil es einfach nur technisch einfacher war. Weil es ist tatsächlich ja bewiesen, was das Fahrkünste angeht, darum fahren ja diese riesen Muldendamper, die mein Arbeitgeber auch baut, diese riesen Miningkipper, viele, viele Frauen, weil die vorsichtiger sind. Ja, so ist das Ganze auch entstanden, und da ist dann halt auch der Swap so ein bisschen erklärbar, wieso ich im Bereich Glembosteine auch viel mit dem Thema Panzern und Zeug zu tun habe. Das ist Technik und so, ist auch schon immer darum, dann irgendwann mal RC-Modell war, da waren es dann halt Autos, weil ich habe gesagt, Flugzeuge können abstürzen, Boote können untergehen, also nehmen wir ein Auto, das kannst du nur an die Wand fahren. Das habe ich dann regelmäßig getan. Alles ist schon das eine oder andere Mal passiert, dass so eine Karre zerschellt ist, weil man gemeint hat, man muss das ja auch mit so einem Tamja-RC, was weiß ich was, 90er Jahre, da ist man auch immer fünf bis sieben Minuten, hat der Akku gehalten, und dann haben wir wieder den Tag repariert. Ja, ich war ja durch das, dass ich auf deutscher Meisterschaften unterwegs war mit dem Ding, also es hört sich krasse an, wie es ist, da gab es halt früher, da gab es ja noch Modellbauläden, also Läden, Geschäfte, nicht Internet, Internet war ja da noch nicht, also zumindest nicht in jedem Haushalt, Internet war ja da eher so, wenn du mal ins Internet wolltest, bist du ins Internet-Café gegangen, gibt es heutzutage, ich glaube, gibt es gar nicht mehr, also da war das früher Standard, das Internet-Café ging. Auf jeden Fall haben dann verschiedene Modellbauläden so Qualifikationsläufe gemacht, an Veranstaltungen, und da konntest du dann teilnehmen, und wenn du da auch noch die ersten Top 3 gekommen bist, bist du dann, glaube ich, in der Zwischenauswahl, und dann konntest du auf die Deutsche Meisterschaft nach Sonneberg, wo das Hits von Tamiya ist, Diki Tamiya. Da war ich zweimal, und einmal auf dem 24-Stunden-Rennen, also richtige 24 Stunden mit dem Modellauto fahren, in einem Team natürlich, das schaffst du alleine nicht. Okay. Und das war schon eine ganz lustige Zeit, man hat echt viel Spaß gemacht, aber ja, bis fünf Minuten fahren, dann hast du mindestens 5, 6, 7 Akkus am Start gehabt, weil sonst war das Training ganz schnell rum, aber da habe ich auch schon die eine oder andere Karre, habe ich schon so dermaßen zerschellert, weil ich einfach ein Bluffolgas, gibt ihm, aber man musste dann schon lernen. Und war halt Offroad, mal überwiegend, was ich gefahren bin, das ging ja noch leichter, jo, geil, springen, wiii, wiii, genau. Mit was hat der kleine Andi mit sechs Jahren gespielt? Boah, weiß ich nicht, aber bei mir war tatsächlich, also, Ego war bei mir als Kind absolut heiß angesehen. Es gab es dann noch so die Phase, dann mit diesem Plastik-Spielzeug, also Lego ja auch Plastik, aber ich meine, ähm, da waren es dann auch schon Panzer, diese kleinen Mini-Soldaten zum Beispiel, die man sich im Kiosk kaufen konnte. Die Kirmesdinger also. Genau, die Kirmesdinger, die hat man dann immer noch mit zurückgehaltenen Feuerwerksmitteln, also, ich weiß nicht, wie man die, politisch korrekt nennen, diese ganz kleinen Knaller, also, die man sogar in den Finger halten konnte, ohne dass die Finger weg waren, wo wir in so einer Kette waren. Ja, ich kenne da nur den falschen Namen davon, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, so Mini-Kracher. Da fällt China mit China-Böller, oder? Nee, nee, das erzähle ich dir abseits. Okay. Okay, China-Böller oder Schweizer Kracher, oder so würde ich sagen. Ja, China-Böller sind schon, aber das haben immer erst die, wo du sagst, schmeiß ja weg, weil sonst Finger weg, und dann gab es ja diese ganzen kleinen, die immer in so einer Kette waren, und die hast du weggeputtelt, und dann hast du so unter dem Plastikpanzer drunter angezündet, und dann hast du am Sandkasten weggeflogen, das war halt immer. Ich habe dir die Star-Wars-Figuren in die Hand gegeben. Nee, da hatte ich tatsächlich, das war dann auch, bei mir war das, und Star-Wars, dann auch, da gab es so Mini-Plastik-Figuren, und das habe ich sogar noch auf dem Dachboden oben, so ein Tive-Bomber und so Zeug, oder nee, nicht ein A-Wing, wie hieß es? So die Micro-Machines, gell? Genau, in der Richtung, und das war auch so, aber tatsächlich, der Dauerbrenner bei mir war schon immer Lego. Zwar nicht viel, weil teuer war schon immer teuer, und gab es halt mal zu Weihnachten, mal eine Kleinigkeit, oder mal zu einem Kürzesten. Sets erinnerst du dich da? Mein größtes Set, wo ich mich zum Beispiel erinnere, was ich sehr geil fand, war Eisplanet, die Basisstation von Eisplanet, und Eisenbahn wollte ich immer, war immer viel zu teuer, da hatte ich aber von Octane den Race Truck mit drei Formel-1-Autos drin, auch ganz rudimentär gebaut, die war ganz cool, dann habe ich relativ früh angefangen, mit Technik, da habe ich noch den leeren Koffer unten, ich wüsste nicht, ob ich es zusammenkriege, und da gab es so einen Plastikkoffer, da konnte man mehrere verschiedene Technikmodelle bauen, gelb-schwarze Steine, und Technik-Lego fand ich sehr, sehr cool. Ich habe mir dieses Jahr ein Set gegönnt, das wollte ich immer, weil das hatte mein Cousin, war aber, wie gesagt, preislich damals nie drin, war von Model Team, den LKW mit dem Hubschrauber, wo ja jetzt von Creator so eine Hommage rausgekommen ist, sozusagen dieses Jahr, so eine Mini-Version, und den habe ich mir dieses Jahr, hat mir ein Freund aus der Community besorgt, und da freue ich mich schon drauf, muss jetzt noch Vollzähligkeit prüfen, das gebraucht natürlich, aber das war eigentlich so, das hat sich dann auch echt durchgezogen, klar, dann gab es die Dark Ages, die haben bei mir, dann mit Computers war Zocken, aber Vollgas, also wurde dann so 14, 15 war, 16 war, war neben Modellbau, war am Anfang nur ein bisschen Gaming, aber halt Konsole, weil Computer viel zu teuer, dann, ja, so ab 17, 18 ist dann schon hart am Gamen gewesen, wo man sich dann mit Freunden getroffen hat, LAN-Partys, ganz wilde Nummer, also alles so alte Kamellen, für die jüngeren Leute zumindest, war aber witzig, ich weiß noch, wo ich auf eine LAN-Party gegangen bin, war ich schon 18, mit meinem ersten Auto, Polo 86C Steilheck, diesen verkackten Röhrenmonitor, da in das Auto reinbucht, beziehungsweise, ich habe so einen kleinen Röhrenfernseher gehabt, das Ding war bockschwer, dann diese alte, die erste Xbox, da wird rein, und dann haben wir uns im Jugendclubhaus getroffen, und haben da die LAN-Party aufgebaut, mit Switches, und heutzutage, also, trägst du es, so ein Flachbildmonitor wiegt dir nichts mehr, das wäre das ja total easy, aber heutzutage machst du es nicht mehr, weil du es nicht brauchst, weil du kannst daheim sitzen, und machst das halt online, aber früher, warst du es, ging das ja nicht, also, zumindest war auch die Bandbreite da nicht da, dass du sowas machen konntest, zumindest nicht zu bezahlbaren Preisen, ja, und da war halt dann wirklich zocken, zocken, sehr viel zocken, während der ganzen Schulzeit, bis Berufsschule, und dann hat es Schrauben irgendwann angefangen, okay, und die Liebe aber zum Klembau Stein, war sehr, 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 sehr oberflächlich, doch immer wieder da, also es gab ab und zu mal, alle paar Jahre, was Kleines von meiner Frau, zum Geburtstag oder mal zu Weihnachten, ich hatte da dann eher so eine klassische Routine, wo dann meine Frau mal angeranzt habe, weil ich zu Weihnachten mal kein Technik-Set gekriegt habe, egal ob groß oder klein, aber ich habe mal, wenn ich kein Lego mal zu Weihnachten bekommen habe, ein kleines Set, dann habe ich gefragt, wieso kein Lego, ja, ich kann dir ja nicht jedes Jahr das Gleiche schenken, aber das war so für mich tatsächlich Standard, Heiligabend, geilen Lego-Set, und dann habe ich das am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag immer aufgebaut, und das war dann die Dosis wieder fürs ganze Jahr, unvorstellbar mittlerweile, aber, die Dosis sieht halt anders aus, und die Weihnachtsgeschenke wurden dann mehr, oder wie sind die Dark Ages und das neue Hobby entstanden? Also, tatsächlich, man muss sagen, das alte Hobby Schrauben ist erstmal weggebrochen, aufgrund von meinem beruflichen Werdegang, während der Bundeswehrzeit habe ich meine erste Werkstatt aufgegeben, die ich mit einem Kumpel aus der Lehre zusammen hatte, wegen Bundeswehr. Wenn du die ganze Zeit unterwegs bist oder so, dann hast du ja keine Zeit mehr, da hin zu ballern und da rumzuschrauben. Dann wieder nach der Bundeswehr Meisterschule gemacht und alles, dann wieder angefangen zu schrauben, dann wieder in der Werkstatt gehabt, dann durch meinen Arbeitgeber wieder viel unterwegs gewesen, weltweit, sogar diesmal dann sehr viel unterwegs, hat sich auch nicht rendiert. Ich habe jeden Monat Miete bezahlt und nachdem ich ein Jahr lang Miete gezahlt habe und in dem Jahr zweimal drin war, um Werkzeug zu holen, nicht einmal drin zu schrauben, da habe ich gesagt, macht keinen Sinn mehr. Dann war aber hobbylos. Dann kam aber auch irgendwann mal Corona und es war eher dummer Zufall. Ich war in Weimar in einem Einkaufscenter und war ich beruflich unterwegs, abends bin ich zum Hotel eingecheckt, dann noch in ein Einkaufscenter gegangen, weil ich was essen wollte, nur ganz normal einfach Abendessen, wenn man auf Montage ist. Ein Döner macht es schöner. Und dann war da ein FEDES-Laden und ich dachte so, ey cool, ich habe von meiner Frau mal diesen blauen Käfer bekommen, also den blauen mit dem Surfbrett oben drauf von Lego. Da dachte ich so, mal schauen, vielleicht gibt es ja noch den T1. Du warst ja zu dem Zeitpunkt nicht up to date. Bin in den FEDES reingerannt und das Verhängnisvolle für mich war, dass kurz vor dem Lego-Regal Kobi-Modelle war, habe ich nur so am Rand mitbekommen, was ist Kobi? Ich habe es halt an der Verpackung gesehen, ich so, hä, was ist das? Und dann war so, hält der Steine, äh, äh, nicht hält der Steine, äh, äh, hält der Steine, der Frankfurter da, wurde mir ab und zu mal auf YouTube vorgeschlagen, weil der wird ja irgendwie jedem mal vorgeschlagen, egal ob du so Content, äh, wie soll ich sagen, ähm, konsumierst du nicht oder nicht, genau, danke. Und da habe ich auch, das heißt, ich glaube schon mal irgendwo, gehört, gucke ich mir das so an, denke ich, ey, geil, genau das Themengebiet, was mich schon immer interessiert hat, aus Lego, also ich war damals, für mich war alles Lego, ja, wie vielen Freunden, das wahrscheinlich bei dir auch so sein wird, die sehen das, sagen, hey, cool, Lego, äh, nee, da ist doch so Lego, äh, nee, sieht so aus, aber ist es nicht. Und, ja, dann hat die Bismarck mir es angetan, habe ich meine Frau angerufen und gesagt, du Schatz, da gibt es so aus Lego, ist aber nicht Lego, eine Bismarck, schönes Schiff, sie sagt, ja, dann nimm halt mit. Ich so, okay, da habe ich mir das mitgenommen, habe das gebaut, das war nicht gut. Hat sie dieses, dann nimm doch mit, schon mal bereut? Sie hat es zwar noch nie gesagt, aber ich glaube, vielleicht manchmal schon ein bisschen, obwohl sie immer sagt, der Vorteil an dem Hobby ist halt, ich bin daheim und gehe nicht so aus, sie hat gesagt, du könntest doch versaufen, das wäre weniger gut. Also, ja, ihr bereut ja, das stimmt nicht, ähm, das glaube ich jetzt nicht. Aber es ist schon, ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so, ja, ausartet, obwohl es sich meine Frau, glaube ich, eher denken konnte, weil die sagt, du kannst ein Hobby eh nie normal machen. Ja, es klingt so ein bisschen bei dir, da ich es gerade sehe, ihr zwei nicht, die Zuhörer oder du als Zuhörer, da schwänzelt der Semmi ein Hund von zwei. Ja, Semmi und mir ist es ein großer Teil in deinem Leben. Ja, die sind gerade hier reinmarschiert, bei denen gab es wahrscheinlich Abendessen und dann haben sie gedacht, jetzt gucken wir mal, was mir Elchen hier oben treibt. Weil wir waren heute, äh, unterwegs, schön wandern, aber eigentlich gehofft, ich habe sie kaputt gemacht, aber ich glaube, ich habe Max immer meine Frau kaputt gemacht. Ja, aber das so hat es dann angefangen und dann halt, ja, Spaß dran gefunden und dass das ja aufgrund von Corona ja mit viel Weggehen eh nicht war, war das dann doch ein angenehmes Hobby, was man im Trockenen machen konnte. Ja, das erste hat halt doch so gekickt, dass man dann nochmal wieder sich was gekauft hat, dann war ich das erste Mal in einem Bluebrick Store in Sindelfing, da habe ich gedacht, so heilig, Kacke, gibt es da viel von dem komischen Zeug und dann ist man so langsam da abgerutscht in das Ganze. In der Dark Hole. Ja, das ist das so, denn es ist schon massiv, ich mache es jetzt drei Jahre, glaube ich, ich habe den Kassenzettel extra aufgehoben, so als Mahnmal und der steht hier neben meinen Monitore, aber das ist ein bisschen für mich Brillenträger zu weit weg, aber ich glaube, so drei Jahre mache ich das jetzt und wenn ich dann schaue, was sich da in drei Jahren angesammelt hat. It escalates quickly. Yes. Und wie kam es dann von der Soldier baut Kobi zu der Soldier macht Soldiers Brick Camp als YouTuber, gab es da irgendwie Zwischenphasen oder also so von ich klem für mich allein und ich merke, da gibt es eine Community und vielleicht sogar unterschiedliche Communities wie hast du das in welchem Schnelldurchlauf hast du das gemacht? Das war sehr ungeplant. Also ich habe mir das auch nicht vorgenommen, weil so Video machen die meisten, die ja in diesem Bereich, also ich möchte mal sagen die meisten, ja doch, die meisten, die anfangen mit YouTube machen ja YouTube, weil sie voll Bock drauf haben, Videos zu erstellen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie man sowas macht, wie man schneidet, Effekte reinbaut und einfach ein geiles Video zusammenbastelt und das ist halt bei mir gar nicht so gewesen tatsächlich. Ich habe für mich immer gebaut, habe Spaß dran gehabt, war community-technisch dann im Noppensteinweltforum unterwegs, wo ich immer noch auch Moderator bin, aber gerade recht inaktiv aufgrund von Zeit, war in diversen Discords unterwegs, wo hauptsächlich jetzt im Dogecore oder in der Vereinten Föderation, wo steigenden Wälder und auch von unserem Podcast der Bereich ist und von unseren Streams und dann kam mal in der Community die Frage, weil ich ja immer, weil ich mit diesem Milz-System angefangen habe, wenn ich was selber baue oder meine Modulars, die ich aufgebaut habe von den Herstellern, immer auf dieses Milz-System draufgesetzt hatte, Modular Integrated Landscaping System und das ist halt ein spezielles Bauverfahren, wie man einzelne Module transportabel gestalten kann, um größere Flächen zu bauen, die man dann einfach in kleinen Sektionen aufteilen kann und das hat ein paar interessiert, ja, wieso, weshalb, warum und wieso ich das mache und dann habe ich gedacht, boah, bis vor ich da jetzt zigtausend Bilder mache und dann einen riesen Text in den Discord rein dübel, so schwer kann das ja nicht sein, machst halt kurz so ein kleines Video. Okay. Zwei Monate später. Ja, nicht ganz, aber festgestellt, ganz so leicht ist es doch nicht und ist auch dementsprechend grottig, das Video, aber ich muss sagen, ich habe es trotzdem einfach aus historischen Gründen weiterhin online gelassen, weil ja, man darf ruhig sehen, wie das ganze Chaos angefangen hat und das habe ich dann hochgeladen und dann habe ich angefangen, mein, ja, ich sage immer, ich mocke nicht, aber so mal ein bisschen was Eigenes zu bauen, wo ich dann diese ganzen Panzer und Co., was ich so habe, reinstellen kann, dass das nicht so langweilig aussieht. War eigentlich auch, sagt man immer gerne, eher so eine Schnapsidee am Stammtisch, abends mal in einem Discord, das sieht ja blöde aus, wenn die Sachen alle bloß in so einem weißen Regal drin stehen, baust du dir so ein Diorama. Und dann habe ich halt klein und fein. Ja, und dann haben halt die Leute angefragt, da fanden, wie weit bist du, was machst du, da sagst du, komm, dann machst du Videos über, ab und zu mal so ein Video, einmal im Monat oder so, in dem Diorama. Ich glaube, einmal im Monat, aus einmal im Monat ist alle drei Monate geworden. Zumindest, wenn es um Diorama ging, ja, also wir reden vom Museum-Chat, gehe ich mit raus. Ja, was mittlerweile, also die, Abschnitte aus den ersten Videos gibt es nicht mehr, die habe ich dem letzten Jahr geschlachtet, zerlegt, abgerissen. What? Ja, es gibt das, was man kennt von der Messe in Hameln und was als Dauerleihgabe aktuell bei Nürnberg, Frankenstein, das Klemposchenmuseum ist, das gibt es natürlich, das bleibt auch, das wird wahrscheinlich auch nie abgerissen, weil es einigermaßen gut aussieht. Aber die ersten zwei Sektoren habe ich abgerissen, wegen einem Neubau, an den ich plane. Aber mit dem Thema hat es eigentlich angefangen und dann habe ich aber gemerkt, okay, ein oder anderen interessiert es vielleicht doch und das ist aber ein bisschen blöd, wenn du das Leuten zeigen willst, wenn dann halt alle zwei, vier Wochen, zwei Monate oder drei Monate nur ein Video kommt und dann habe ich angefangen mit diesen Reviews, weil mir hat das Video machen tatsächlich auch Spaß gemacht oder mir macht es immer noch Spaß, man hat zwar manchmal so eine Flaute, wo man gerade einfach irgendwie keinen Bock hat, wenn man dann aber drin ist, dann macht es schon wieder Fun und dann hat sich das dann so ergeben und dann war so mein eigenes Ziel jeden Montag, darum habe ich, gab es im Kürzen bei mir auf dem Kanal eigentlich immer den Abschluss-Slogan Every Monday Soldier Monday, musste ich jetzt in zwei Jahren, wo ich jetzt YouTube mache, dreimal oder so, habe ich es nicht geschafft, ein Montagsvideo rauszuhauen. Ja, dieses Jahr zweimal schon, oder? Jein, ja, also wenn man es jetzt Hard of Video sieht, ja, ich habe zweimal nicht, einmal ging es gar nicht und beim zweiten Mal war es dann aber so, dass ich dann gesagt habe, ich habe zwar keine Zeit gehabt am Wochenende ein Video zu machen, aber ich habe Zeit am Montag Abend zu streamen und dann habe ich ein Live-Review gemacht. Das Format werde ich zukünftig öfters machen, weil diejenigen, außer dass das erste Chaos war bei YouTube an dem Tag abgekackt ist, die hatten massive Serverprobleme, das habe ich festgestellt, weil es viele YouTuber betroffen hat an dem Abend, die gestreamt haben, dass die Streams teilweise gehangen sind und so, aber sonst kam es eigentlich das Feedback aus der Community gut, dass sie es cool fanden und sich freuen immer wieder. Ich werde das Format aber überwiegend für komplexere Sets nutzen, weil meistens im Stream dann durch die Problematik habe ich es nicht in der halben Stunde runtergerissen bekommen, was ich will und man hat halt die Möglichkeit dann am Ende vom Stream noch zu fragen, so eine Question and Answer Runde noch zu machen zu diesem Set und ich habe mir gedacht, ich mache es dann gerade, wenn ich Mox vorstelle, weil es meistens immer ein paar Fragen gibt, mehr, aber wo man sagt, okay, wie war das so der Sell und dass ich dann für solche Sets das Format verwende. Okay, also, so Summary bisher, Grubi ist schuld, dass du klemmst und es ist sehr schnell eskaliert und Military und Panzer und dann hast du dieses Museum gebaut und darüber hat sich YouTube oder eigentlich die Milzplatte ist schuld, dass du YouTube angefangen hast und dann eben die Museum Updates. Wenn du jetzt so ein Museum mit Modul, wie gehst du sowas an? Also, wie kommt man auf die Idee zu sagen, okay, oder es ist jetzt nicht völlig abwegig zu sagen, man baut ein Diorama für etwas, aber wenn du jetzt sagst, neues Modul steht an, wie stelle ich mir da den Prozess so vor? Also, die Grundidee war ja, wie gesagt, mit dem Diorama und gebe ich dir recht, nur Diorama bauen viele. Mir war das da eigentlich wichtig, ich wollte beabsichtigt keinen Kriegsschauplatz bauen, sondern habe mir gedacht, ich gehe gerne, ja gerne, also solche Sachen sieht man, wenn dann eigentlich heutzutage im Museum, da gehören sie ihnen. Und das war für mich persönlich die witzigste, also witzigste, die beste Idee und wo ich sage, okay, das finde ich cool, die so ins Museum zu stellen, das kannst du beleben, das kannst du dekorieren und das habe ich bei den ersten zwei Modulen nicht so gut hinbekommen, weil man einfach durch Erfahrung dann auch mal merkt, ein bisschen so, okay, wie kriegt man, wie kriegt man da die Details rein? Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Erstmal musst du halt eine Idee haben, was willst du machen? und das war halt bei mir, wie gesagt, dieses Museum, weil ich gesagt habe, okay, das ist für mich persönlich die beste Präsentation, was auch ich gemerkt habe, wo ich das dann ausgestellt hatte, das endgültige sozusagen Modell, dass es generell bei den Leuten, die sich auch bei Kindern cool ankamen, weil es halt wirklich dieses Museum ist und viele haben gesagt, es ist ja mal schön, sowas in so einem Background zu sehen, also in so einer Zusammenstellung. Ich habe zwar in einem Museum, natürlich ein kleines Diorama ins Museum reingebaut, also in mein Diorama ein Diorama reingebaut, weil man mich da inspirieren lässt von richtigen Museen und das war halt erstmal die Grundidee und dann, was willst du machen, was willst du reinstellen? Bei mir fängt es dann eigentlich mittlerweile so an, was will ich präsentieren und wie möchte ich es präsentieren? Also welche Modelle? Habe ich jetzt Autos aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg oder solche Fahrzeuge oder sind es Panzer? Das muss ja auch thementechnisch passen. Also das heißt, so eine Halle ist immer nach der Fahrzeugart und nicht jetzt, hier haben wir das Jahr 1956 die deutsche Militär, sondern es geht immer so nach Motordänder oder Panzer oder... Ja, so mache ich es. Also ich sage mal so, es muss ja irgendwie ein bisschen im Kontext passen. Ich finde, bei so einer Ausstellung, klar, es gibt Privatmuseen, die sind sehr wild zusammengestellt. Ich finde es aber strukturiert besser, da ist immer so mein, einer meiner Lieblings- YouTube-Kanäle zu dem Thema ist Munster. Ich finde den Ralf Raths, das ist der Museumsdirektor, unter anderem, das sind zwei Leiter mittlerweile, soweit ich es weiß, er ist eine sehr interessante Persönlichkeit und die achten da auch. Ich habe es leider persönlich noch nicht besucht, steht dieses Jahr noch auf meiner Wischlist, das zu machen. Das ist auch so, du kommst vom WW1, also vom Ersten Weltkrieg, Fahrzeuge und Zeug Richtung Zweiten Weltkrieg. Die haben es so ein bisschen geklastert, dann Kalter Krieg und dann Vietnam und so ungefähr, Vietnam haben sie glaubt nicht so, ich weiß es aber halt gerade Kalter Krieg, NVA-Zeuge, dann westlich Alliierten, also Amerikaner, Engländer, Franzosen, Deutsche. Und das muss ja passen, es sieht ja blöd aus, wenn ich ein Modell von einem Leopard 2 A6 neben einem Tiger einstelle. Wäre okay, es ist das aktuell beste deutsche Fahrzeug in dem Kontext. Vielleicht auch genau spannen sie nebeneinander. Wäre jetzt, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich meine, einfach das so zu gewürfeln. Dass so ein erstes Weltkriegsfahrzeug steht auf einmal bei zwischen 15 Zweiten Weltkriegsfahrzeuge. Und so mache ich das bei meinen Hallen auch. Wie die Halle aussieht, das hat damit nichts zu tun. Also wie die Hallen aussehen, das ist jetzt das neue Projekt. Da hilft mir Haradibrix immer mal wieder mit Inspirationen, gerade wenn ich Probleme mit Bautechnik habe, hat mir auch schon einen Fassadenvorschlag gebaut. Er ist da sehr, sehr, habe ich kennengelernt, in Hameln auf der Messe ein, finde ich, sehr, sehr begabter Designer, was so Gebäude angeht. Und denn das sind die neue, darum habe ich die anderen zwei abgerissen, soll außen auch schön sein. Aktuell war es ja, meine erste Grundidee war ja, bei denen, die meine Videos kennen, ich habe im Hintergrund so ein Regal, da sollen die Dinger reinpassen und das muss halt ein Diorama sein. Also alles, was nicht sichtbare Fläche war, musste nicht schön sein. Das soll sich ändern. Ich möchte jetzt eine große Halle bauen, die man in der Mitte aufklappen kann, wo auch außen schön aussieht. Und da bin ich, da ist mein Favorit tatsächlich Industriehallen, ja, der 50er, 60er, also so Backstein, und 50er, 60er vielleicht sogar älter, also so schöne alte Backsteine Industriehallen. Blue Bricks, Blue Bricks, Lokomotivhalle. Noch, aber noch schöner. Ja, aber jetzt so von der Art meine ich jetzt von Industriehalle. So alte Backstein-Ziegelhallen, die man einfach teilweise aus gewissen Regionen kennt. Und innen drin ist halt wichtig, du musst, wenn ich dann weiß, okay, ich habe die und die Modelle, vielleicht noch, ich habe es im aktuellen Museum auch, habe ich doch so einen Platz halt, oder habe ich dann als Szenario eine Baustelle reingebaut, weil es könnte ja mal vielleicht noch irgendein Geschütz kommen, was du dann da machen möchtest, oder kannst dann auch die Module umbauen, weil man hat ja auch, die Museen ändern ja auch irgendwann mal die Ausstellung ein bisschen. Aber grundlegend ist die Hallenkonstruktion dann schon darauf ausgelegt, was ich reinbauen möchte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel viele kleine Autos habe, so Kübelwagen, Schwimmwagen, ein paar Motorräder, dann kann ich ein bisschen verwinkelter die Halle innen drin gestalten und auch was dann irgendwelche Zwischendekorationen angeht. Wenn ich aber fünf, sechs Panzer da reinballern will, das ist eigentlich nur der Innenausbau, die Exponate bestimmen den Innenausbau. Aber so ein Panzer an der Wand hängen ist doch sicherlich auch ganz schön. Ist halt unrealistisch. Und das ist also ein bisschen Realismus, sollte schon gewahrt sein. Also das ist halt sehr unrealistisch. Aber das ist, das bestimmt dann halt, wie gesagt, den Innenausbau, was für Exponate dann da reinkommen. Und... Und wie lange sitzt du da, wenn du jetzt sagst, so jetzt kommt die neue Halle, ich weiß, da will ich diese vier Modelle unterkriegen. Atema XY. Es ist so nett. Ich glaube, ich klinge es gerade so, es gibt da ja auch Upgrade-Iterationen. Ziehst du dann alte, also jetzt kommt Fassade und so weiter. Also es soll sozusagen, das Diorama wird selbst zum Mock, was man danach wieder in ein Diorama stellen kann. Das ist Absicht des Neuen, genau. Genau. Ziehst du dann alte Module nach oder baust du alte Module in dieses neue Museum oder sind das dann einfach vier, sind das unterschiedliche Dinge? Das eine ist die Version 1 und dann gibt es die Version 2. Ne, also ich habe es jetzt, die ersten zwei Hallen, die ich damals gebaut habe mit meinen ersten Videos, die habe ich abgerissen, weil einfach das Grunddesign, die Grundkonstruktion nicht mehr dem entspricht, was ich möchte. Bei der neuen Halle wird das jetzt so sein, wir reden da von einer Flächengröße relativ überschaubar, 128 Noppen Länge, dann 2 mal 48 Noppen Breite, weil 128 auf 48 sind meine Standardmodulgrößen von meinem aktuellen Museum auch und zwei Stück sozusagen zusammengeschoben, die man dann aufklappen kann im V, wenn man so... Also so eine halbe Münchner Wohnung. Okio, ja. Und das hält sich in den Grenzen. Und da ist es jetzt so, jetzt aktuell sitze ich nicht so aktiv dran, wird eher Richtung auf Winter verschoben, die Grundplanung ist da, Flächenplanung, die Fassade ist schon teilweise fertig konstruiert. Das mache ich nämlich tatsächlich digital, um die Teilearten, die eine hohe Teilemenge dann erzeugen, also die Grundfassade, die Fenster und das Dach und alles, das wird der Material fressen, jenseits von Gut und Böse wieder. Und um das ein bisschen abschätzen zu können, was brauche ich wie viel, weil ich habe den einen oder anderen Stein da, der wird auch farbtechnisch mit eingeplant, dass man jetzt, wenn man acht Kilo Mauersteine daheim liegen hat, nicht nochmal zwei Kilo kaufen muss, weil man genau jetzt eine Farbe verbaut, die man nett da hat. Aber das mache ich tatsächlich digital. Aber den kompletten Innenausbau, was Dekoration und so angeht, das entsteht dann erst, wenn ich die Grundhalle gebaut habe, fange ich dann innen an auszudekopieren. Okay. Ja gut, dann kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Thema mit. Du hast den, so Beinamen wie Soldier kauft jeden Scheiß und der Etiketten Soldier und der Soldier der Soldier Bricklink-Laden, der keiner ist. Ja, ich glaube, das mit dem Bricklink-Laden ist das, was irgendwie viele, also viele hält sich in Grenzen, aber ein Teil der Community immer wieder behauptet, wenn sie dann mal mitbekommen, was hier tatsächlich alles so rumliegt. Ja, ich sage es immer so, wenn man mit dem Thema Mocken anfängt, sollte man sich echt zweimal überlegen. Ja, also, wie viele Magazinkästen hast du mittlerweile? Es sind gar nicht so viele, also reine Kleinteile Magazines sind es 5, es sind 5, 8, 46, okay, plus die 4 Alex-Ikea Schublin, oder? 3 3 vor diesen Schubladenschränkchen, Rollcontainer eigentlich, dann noch, ja, ich zähle es jetzt nicht durch so um die 50 Schubladen von dem Orisoyama, das sind so Kunststoffschubladensystem, 50 oder 60 Fächer, also geht alles noch. Und hast du die Steine alle digitalisiert auch, also hast du da wirklich eine Inventarliste, oder? Nein, das muss ich, also die meisten, nicht die Mengen, aber in der Regel weiß ich schon, was ich ungefähr da habe, oder ich kann es ziemlich schnell herausfinden. Ich habe diesen Gedanken, also meine Einzelsteine nicht, meine Sets sind digitalisiert, aber meine Einzelsteine nicht. Das hat den Grund, wenn man sowas richtig macht, dann müsste ich da jedes Mal, wenn ich was baue, Ausgang buchen, wenn ich was zerlege, Eingang buchen, in dem Verwaltungssystem, dass du wirklich siehst, was, nicht nur was hast du an Bestand daheim, sondern was hast du an verfügbaren Bestand und was ist an verbauter Bestand. Und da wäre mir einfach der Verwaltungsaufwand zu groß, weil, wie gesagt, so Grundsachen in den Projekten, was ich mir über Studio rausarbeite, ich brauche, was weiß ich, zweieinhalb Tausend Fließen. Das ist ja alles schön und gut, dass ich weiß, was ich mir besorgen muss. Das sind alles Zahlen, die kannst du dann notieren und die könntest du auch in deinem wahren Wirtschaftssystem verbuchen. Wäre alles ganz nett. Ich könnte es auch über QR-Codes machen und über einen Handscanner. Das ist alles heutzutage kein Geld, was das mehr kostet. Aber, der mir wäre der Aufwand tatsächlich zu groß, wenn du anfängst mit diesem Crippling, also mit dem Kleinzeug und entweder du machst es richtig und du kategorisierst alles oder du lässt es bleiben. Und ich habe mich dann halt für die Variante entschieden, okay, ich kaufe mir einen Labeldrucker und bedrucke dafür und beschrifte alle Boxen, wo die Steine drin sind, dass ich immer gleich weiß, da sind die Steine. Wenn ich jetzt den und den Stein brauche, dann habe ich immer in der, also, bei manchen Steinen gibt es zwei Lagerfächer, aber ich habe dann für jeden Stein, den ich habe, ein Lagerfach mit Artikelnummer, also Teilenummer, wie der halt bei Lego heißt, Lego Teilenummer. Und habe das dann alles nach Gruppen sortiert und dann kann ich gucken, ah, da ist der Stein. Habe ich den in der Farbe, wo ich brauche, dann gucke ich kurz in die Schublade. Wenn der in der Farbe da ist, dann gucke ich bei mir, wie viel brauche ich. Sind da zwei Stück drin und das ist dann so tatsächlich Kopfsache. Meistens weiß ich es tatsächlich aus dem Kopf, habe ich das dann noch im Bevorratungslager, weil ich ein doppeltes Lagersystem habe. Denn mir wäre das zu platzaufwendig, wenn ich alles in irgendwelchen Kleinteile-Magazinen hätte, also die ganzen Mengen. Wie gesagt, die acht Kilo Mauersteine war ja nicht gelogen. Ich habe je nach Farbe zwischen einem halben und zwei Kilo, je nach Farbe. Aber was ich gerade habe... Ich habe es schon, es gab Zeiten, habe ich immer für dich aus dem Bluebrick Store die Schütte mitgenommen. Es sind mittlerweile ein paar mehr. Und das ist halt so... Welcher oder Schütte war immer nur die Frage? Es kamen meistens Schütte. Ja, und da ist das halt immer noch so. Klar, ein Teil ist immer wieder verbaut, aber es kommt ja auch immer mal wieder was dazu. Und da gucke ich dann einfach nach. Und wenn ich das Teil dann nicht habe, dann habe ich mir eine Liste auf dem PC, wo ich dann drauf schreibe, okay, hier, das brauche ich. Und dann wird es dann entweder bei Bricklink, Lego oder ich bringe es in der Fabrik mit. Und wenn das Teil dann... Ich werde mittlerweile tatsächlich mein Teilesortiment stark Richtung Dänemark geht. Oder wenn die Teile von Dänemark mir zu teuer sind, stelle ich es direkt bei GoBricks. Aber ich habe da keinen Bock mehr auf... Es gibt viele, viele gute Hersteller mittlerweile. Man kriegt mittlerweile relativ wenig Schrott. Das muss man, finde ich, offen und ehrlich sagen. Aber ich möchte nur ein bisschen eine Konstante. Und ich habe einfach festgestellt, dass gewisse Hersteller bei gewissen Bautechniken Probleme machen können. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das Geld in Zukunft investiere, dann... Und es ist oft so, wenn das ein Stein ist, den es wie Sand am Meer gibt vom Däne, dann kostet der die Hälfte, wie wenn ich den gleichen Stein neu in China von GoBricks oder anderen oder auch von NoName kaufe. Das habe ich jetzt schon oft gemerkt. Okay. Da brauchst du jetzt den und den Stein, der kostet bei Bricklink zwei Cent. Da guckst du bei Webrick, Wobrick, keine Ahnung, wie die alle heißen. Und dann kostet der da, fängt der bei fünf Dollar Cent an. Ja, die Diskussion habe ich mit Webrick gerade, dass sie langsam gucken müssen, dass sie ihre Preise ein bisschen in den Griff kriegen, weil bei manchen Sachen lohnt es sich nicht mehr. Das ist so. Ja. Also entsteht, weiß ich auch nicht, wie diese Steigerung mit der Logistik hat das nichts mehr zu tun, glaube ich. Aber anderes Thema, da kann man sicherlich auch mal eine Folge drüber machen, Einzelsteine, haben wir ja auch zumindest schon mal bei, nee, wie sortiert man und so weiter haben wir ja zusammen und du, glaube ich, schon mal deine Videos gemacht. Was wollte ich jetzt, wenn man jetzt mal so eine normale Solcher-Woche nimmt, wie viele deiner Freizeit fließt in dieses Hobby und wenn man jetzt dieses Hobby bei dir noch dreiteilt in Steine kaufen und sortieren, Sets kaufen und sortieren, wie du, mocken, Sets bauen, dann hast, also was bleibt, wie viel Zeit fließt da rein von deinem Leben? Total unterschiedlich aktuell, man sieht es, der liebe Solcher streamt aktuell nicht, es kommen sehr inkonstant Stuntvideos freitags, weil jetzt, ich habe eigentlich schon ein paar vorproduziert, durch das gute Wetter und durch das, dass meine Frau viel zurückstecken musste in den letzten Jahren, habe ich mich entschieden, das Privatleben wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, weil es einfach nicht dick ist und meine Frau das auch absolut verdient hat, dass ich mich da um mehr kümmere, darum ist es gerade ein bisschen weniger, aber es ist schon so, dass wenn ich nicht im Außendienst unterwegs bin, daheim bin, eigentlich fast jeden Abend. und ich bin, ich sitze sowieso abends hier oben, wenn wir nichts zusammen anschauen und dann ist es, kannst du sagen, total, ja, was ich mache, entweder ich zocke mal am PC, dann kannst du natürlich nichts mit dem Hobby Klemmen machen, passiert aber nicht so häufig, aber wenn ich dann irgendeine Serie gucke, kommt immer darauf an, was ich Lust habe, entweder ich baue ein Set für eine Review oder einfach mal ein Set so für mich, ich habe jetzt auch zwei schöne Geburtstagsgeschenke noch gekriegt von der Community, wo ich zwar ein Video dazu machen werde, aber das hat keine hohe Prio, finde ich, aber ich finde sie witzig, deswegen mache ich Videos dazu, darf ruhig jeder sehen, ein bisschen posen. Ja, gell. Und, ähm, ich glaube, so ein Set nur für mich, wo ich kein Video gemacht habe, habe ich ewig nicht gebaut. Ich habe den nur gebaut und darum sage ich, das hat keine Priorität als Video, weil es sind random Sets, die es schon länger gibt, beim einen weiß ich es nicht, ob es es schon länger gibt, ähm, wo ich aber auch sage, ist für die Masse relativ wahrscheinlich uninteressant, aber ich finde sie mega cool und darum, das, das passiert schon auch mal oder wenn du einfach mal Bock hast, mal wieder was zu bauen, ich habe zum Geburtstag von Star Wars den Druidica bekommen, nämlich mit meiner Frau, sie baut gerade Van Gogh und ich habe den Druidica dann unten gemütlich im Wohnzimmer geklemmt, neben dem wir mir einen Film angeschaut haben, aber ja, tatsächlich ist, je nach Wetterlage, das Hobby fast täglich präsent und je nachdem, auf was ich Lust habe, es ist im Morgen bei mir eine Phase, immer, das ist so, da passiert teilweise Wochen, Monate nichts und dann schießt mir wieder irgendein Hirnfurtz in den Kopf, das muss ich einfach so sagen und dann ballere ich auf einmal da los, also mein aktuelles Projekt ist ja noch vor der Halle, was ich gerade gesagt habe, vor diesem neuen Museum, ich baue gerade einen Flughafen mit über drei Meter Länge und zwei Meter Tiefe. Ich habe mich nicht Fragen getraut, weil ich nicht wusste, inwieweit das öffentlich ist schon oder nicht. Eigentlich nicht, das ist auch was, was ich nicht bei mir auf dem Kanal eigentlich zeigen werde, aber das ist tatsächlich ein Mockprojekt, das ich starte, einfach nur für Messen und dass ich meine Kubi-Flieger ein bisschen unterkriege. Das Problem war, das war kontraproduktiv, weil so viele Kubi-Flugzeuge hatte ich gar nicht, weil das soll auch, meine Mutter hat mich als Kind, wie gesagt, das hat mich vom Kind auf dieses Thema schon fasziniert und früher gab es noch öfters wie heute so Flugausstellungen, Shows, Luftshows. Ja, Flugshows. Genau, wo dann auch Bundeswehr vertreten war mit ihren Maschinen oder alte Militärmaschinen oder auch alte Rennflugzeuge, Doppeldecker und so, so cool. Ich bin so 30 Kilometer neben Manching aufgewachsen und Manching waren auch immer so Flugtage von der... Genau. Und Oberpfahlheimer heißt das, glaube ich, bei dir im Eck, wo das Museum ist, das vom Deutschen Museum, die Außenstelle ist es Oberschleißheim, Oberschleißheim. Oberschleißheim, ja, ja. Entschuldigung. Oberschleißheim. Deutsche Luftfahrtmuseum. Und das hat mich dann so ein bisschen inspiriert, wo ich gedacht habe, so war... Aber ist das gut? Seit es da draußen ist, war ich da noch nicht. Ich war da auch noch nicht. Ich war als Kind mal, aber ich glaube, da waren die noch woanders. Da gab es die neue Halle auf jeden Fall noch nicht. Ja. Und das hat mich dann auch wieder gekickt. Da habe ich gesagt, hey, cool, du könntest doch dann so Vorfeld bauen, Start- und Landebahn, wo dann die Flieger sind. Auf die Idee hat mich tatsächlich eigentlich eher über Umwege ein Vereinskollege aus meinem Lego-Verein, Schwabenstein e.V. gebracht, wo wir... Die Schwabenstein ist ja immer im November, glaube ich, in Stuttgart. Und der hat von Star Wars was dastehen gehabt. Also total witzig. Wie kommt man da drauf? Er hat von Star Wars so einen großen Mock gehabt, wo dieses... Das ist ein Republic Gunship, wo die ganzen Typen raushüpfen, wo... Ja. ...ein Klonkriege oder so. Und wo so Republic Gunships starten und dann befüllt werden und so ein Flugblatt. Und ich dachte, hey, das wäre schon eine geile Idee. Und da dann die Kobieflieger, dann Personen, die über das Flugfeld laufen mit Schildern und Fahnen und die Flieger sich angucken und eine Flugshow. Wäre doch eine coole Idee. Nee, ist es nicht. Stehen da dann Kobiefiguren oder Lego-Figuren? Ah, Figuren bin ich absolut Lego-geimpft. Also ich bin mit denen... Wie nennt man das? Konditioniert? Ja. Fablosch. Genau. Für mich ist die Lego-Figur die einzig wahre Minifigur. Aber ich finde trotzdem immer wieder... die unterschiedlichen Klone, also sagen wir mal, die, die zu nah an die Lego-Figur rankommen von anderen Herstellern manchmal sehr interessant. Anlos hat das mit Rundungen eigentlich ganz cool gemacht, eine leichte Abwandlung zu bekommen, aber sie kratzen noch dran. Deswegen finde ich die auch ganz okay. Kobi geht für mich gar nicht. Das Kobi-Figuren sind bei mir auf einer Wellenlänge mit Friends. Gibt es bei dir dann keine D-Abos, wenn du sowas sagst? Das ist Geschmackssache. Also wenn jemand... Ich sage immer, jeder soll das bauen und machen, nur was ihm gefällt. Das ist ja auch, wenn ich irgendwie ein Set zeige und jetzt das letzte Video, da bin ich ja positiv eskaliert. Ich fand das so geil. Da hat das so viel Spaß gemacht. Und wenn jemand anders dann sagt, boah, als solcher finde ich es gar nicht. Das ist voll scheiße. Ist das seine Meinung? Die respektiere ich. Darum sage ich auch immer, es ist mein Fazit, es ist mein Eindruck. Wenn jemand... Manchen Leuten gefallen die Mega-Constructs-Figuren. Finde ich auch nett, könnte ich mir aber nie einen Diabama vorstellen. Manche Leute bauen alles Mögliche rein. Die nehmen von allen möglichen Herstellungsfiguren. Das sieht auch wild aus. Es muss einfach demjenigen gefallen. Und ich bin da, wie gesagt, Lego-Konditioner und eigentlich eher dann auch klassisch gelber Kopf. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit den Haaren. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe es zwar auch teilweise gemischt schon in meinen Dioramen drinstehen gehabt, aber es sieht irgendwie komisch aus, wenn sozusagen der Otto-Normale weiße Mann gelb ist. Dann hast du weiße Leute, schwarze Leute. Ich finde es ja ganz okay, aber es sieht einfach komisch aus. Also entweder du hast dann wirklich... Ja, die gelben, die stechen dann schon raus. Genau, das ist das Problem so ein bisschen. Also entweder du machst eigentlich entweder alles gelb oder du machst alles mit unterschiedlichsten Hautfarben. Ja. Ja. Passt das wieder. Aber dieses Gelb, wie du sagst, sticht einfach zu hart raus. Ja. Ist dann dann automatisch bei den Simpsons irgendwie so. Ja, wenn du jetzt die Simpsons da mit reinstellen würdest. Irgendwie Simpsons in der... Genau. ... an Figuren. Wie so. Nee, aber da ist das dann echt so und das eskaliert dann auch wieder, weil das ist... Der Mock hat mal kurz 200 Straßenplatten. Okay. Also die 16x16 Dinger da. Diese neuen. Ja, aber ja, ja, aber die sind Versuras halt. Also es gibt Menschen, die die kaufen. Ja, ich habe auch mich am Anfang, gehöre ich zu denen, die sich lustig gemacht haben. Die gesagt haben, wer ist den Scheiß? Aber es ist, egal welche Hersteller du da jetzt nehmen würdest, die gibt es nur von Lego aktuell. Aber wenn du einfach mal ausrechnest, was kostet mich, eine Fläche von 16 auf 16 Noppen zu befließen? Also ich brauche eine Plate, dass ich dann auf die Höhe komme und Fließen drauf zu machen. Mhm. Und für was kriegst du die Dinger auf Bricklink? Kommst nicht günstig heran, die Fläche zu machen und die Optik bei so einem alten Flugfeld? Passt. Das sieht so ein bisschen aus, so Waschbetonplattenoptik, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Natürlich, wenn du es richtig geil machst, müsstest du es eigentlich mit 16x16er Fliesen machen. Dann jetzt so richtig schöne Waschbetonplattenoptik, also diese Betonplattenoptik, Panzerplattenoptik da. Gibt es 16x16 Fliesen? Äh, 6x6er, Entschuldigung. 6x6, okay. 16x16, nein, 6x6er Fliesen. Habe ich mittlerweile auch ein paar da, zufällig. Ja? Ja, ich verklick beim Bestellen. Habe mich dann selber gegründet, für was ich 100 von denen Dinger brauche, aber haben ist besser wie brauche. Okay. Ich kaufe allen jeden Scheiß. Ja. Wenn das ja dann nur das Gemocke wäre, wäre es ja okay. Das Problem ist halt, wenn du das mit diesen Sets dann auch noch hast. Da verbeißen wir auf die Wann wird es zur Sucht folgen? Da ist das ja, glaube ich, sehr oft ein Thema. Genau, da haben wir das Thema, wenn ihr da mal ein bisschen das wissen wollt, heut da mal rein, ein bisschen durchgesprochen. Ja, aber so hat sich das dann Ganze entwickelt. Und manchmal Mocken ist halt wirklich so eine Phase und dann die Halle, ich habe sie hier. Kostet halt so viel Zeit als Mocken, gell? Ja, ich habe bei Instagram, habe ich mir ein paar Bilder gezeigt von der Halle, aber nur, glaube ich, so Ausschnitte. Vom Hangar, besser gesagt, von dem Flughafen. Der war tatsächlich über Lego, Konstruktion, ohne Materialbeschaffung und Bau ihr Abende. Das schießt dann halt rein, weil ich hole mir dann halt die Inspiration einfach bei reellen Vorbildern. Ich probiere sie nicht eins zu eins nachzubauen, aber ich habe mir dann schon angeguckt, von der Farbgebung her so ein bisschen, ja, wie sahen denn so alte Flugzeughallen aus? Ja, also so alte Flugzeughangarhallen, also nicht so etwas Neues, Modernes, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte Wann dann schon so ein bisschen was Altes. Darum, ich habe da Olivene Panels verbaut, Olivene Green Panels, denn das sieht so ein bisschen aus wie dieses ausgebleichte Grün von den alten Stahltoren oder auch die Hallenseiten manchmal von den alten Flugzeughangars auf Militärflug blitzen. Okay. Weil das soll so ein bisschen den Charme haben von so einem alten stillgelegten Militärflugplatz, wo das dann halt stattfindet. Okay. Also, da darf dann auch so ein bisschen Moos zwischen Badonplatten, also ein bisschen grün vielleicht, ein bisschen gestrüppter mit rein sein, wo es ein bisschen verwachsen ist. Klingt spannend. Also nicht komplett genutzt. Und so kommst du dann halt auf die Ideen, dann guckst du dir Bilder an und von verschiedenen Flughäfen und googelst da mal ein bisschen und dann nimmst du da halt so ein Modell, weil das Problem ist ja immer diese Maßstabsgeschichte. Jeder weiß, dass ein Lego-Gebäude nicht im Maßstab ist. Ja. Wenn man jetzt die Figur als Durchschnittsgröße 1,80 Meter sehen würde und dann mal sich guckt, jetzt ich sage immer, die Lego-Häuser sind eher so ein bisschen China-Style, da sind die Räume auch sehr kompakt gestaltet und auch musst du da immer ein bisschen das Verhältnis finden, dass es nicht zu gigantisch rüberkommt, aber die Halle ist halt auch wieder, ich glaube, 96 Noppen breit, fast 64 Noppen in der Tiefe und schon ein paar Brick hoch, dass halt der Flieger ordentlich rein und raus kann mit Schiebetor und allem drum und dran und Beleuchtung und alles und Also der zweite Teil der Münchner Wohnung ist auch voll. Ja, das Problem ist eigentlich eher den Mock Probe aufzubauen, weil die Flächen sind ja nicht so das Thema, die baust du dir schnell so ein Flugfeld, das überlegst du dir mal geschwind digital, baust du es mal so geschwind vor, passt es vor den Proportionen einigermaßen, jo, haut hin, okay, was brauchst du an Material, oh ja, so ein paar von den Straßenplatten, guckst du aufs Gesamtergebnis, huch, ein paar mehr von den Straßenplatten und das ist ja nicht so das Thema, das nimmt auch nicht so viel Bauzeit, aber dann so Sachen wie eine Tankanlage habe ich schon, ich habe den Tower schon, was noch viel Arbeit wird, weil ich noch gar keine Ahnung habe und das sind dann immer diese langen Pausen, ich brauche noch ein Hauptgebäude, wo entweder der Tower so mit integriert ist, dass du so aus dem Dach rausguckst, was du auch früher hattest, Hauptgebäude, in dem so ein bisschen Verwaltungsbüros dann reinkommen und vielleicht auch ein größerer Raum, wenn man das aufklappt, wo man reingucken kann mit ein bisschen Bildern, da waren jetzt so Ausstellungen, so Museumscharakter, da noch ein bisschen was zu schaffen, da habe ich halt gerade noch null Ahnung, soll man da so einen Betonbaubunker machen und da habe ich noch nicht vernünftige Inspiration gefunden und deswegen sage ich es immer so Phasen, wenn du dann wieder so den Kopf schiebst, dann knallst du da ein paar Tage hin oder sitzt mal ein paar Wochen dran, das Gefährliche ist da dann aber immer, wenn du arbeiten gehen musst. Ja, es wird spät. Ja, weil du sitzt halt dran und du bist zum Gedanken und dann probierst du was aus und wenn man die Streams von uns anschaut, sieht man bei mir im Hintergrund ja die kleinen Teile im Magazin und da sieht man ja bloß ein Drittel der Wahrheit, weil hinter dem, was man sieht, sind ja nochmal zwei Stück, wenn man es rauszieht und deswegen habe ich das so gestaltet, weil dann probierst du was und drehst du schon und ruhig kurz die Teile, probierst du was aus, ah ja, okay, das passt, ah nee, das passt noch nicht so ganz. Dann baust du nochmal rum, baust du nochmal hin, baust du nochmal hin, baust du nochmal hin, na, registrierst nicht, dass eine Folge 48 Minuten geht, dann guckst du auf die Uhr, stellst fest, es ist halb drei Uhr nachts, der Wecker klingelt um sechs Uhr, du denkst so, huch, da tut mir kurz ein gut. Upsi. Ja, genau. Und das ist tatsächlich sehr verhängnisvoll. Ich finde, wenn man so morgens rumwastelt, probiert und so irgendwas, was man im Kopf hat, probiert umzusetzen, rennt die Zeit wesentlich schneller weg, wie wenn man ein Set baut. Auch wenn das Set sehr geil ist und einen auch richtig abholt, wenn du hast so, ach, eine Tüte geht noch, ja, aber beim Mocken geht es, weil du diese Tüte nicht aufreißen musst, ist das halt Das ist super flow. Ja, beim Mocken noch so gefährlich. Ja, absolut, kenne ich. Das ist, glaube ich, das, was ich auch meinte mit, es kostet so viel Zeit, aber die Zeit vergeht auch so schnell, dass man, ja, sobald ich das Mocken anfange, weiß ich nicht, ob ich nächste Woche ein Review-Video habe. Ja, aber das ist es ja, also wie gesagt, ich kann nicht auf Knopfdruck sozusagen Mocken, also ich muss einen Gedanken haben, ich muss eine Idee haben, ich kann nicht die Idee in ein paar Tagen mehr durch, kann mir schon im Kopf rumschweben, bis ich dann mal die Zeit finde, mich ranzusetzen, aber ich kann es nicht andersrum, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, jetzt musst du liefern, jetzt muss ich was machen, das nicht, also ich muss sagen, okay, ich habe das und das vor, such mir Inspirationen und wenn ich dann so eine Idee habe, okay, jetzt probierst du mal das und das aus und dann muss ich halt gucken, wann ich Zeit habe dafür und das ist für mich halt, wie bei dir wahrscheinlich auch mit deinem Mock, das sitzt so vom Zeit-Ranking halt leider sehr weit unten. Ja, ich habe manchmal auch schon überlegt, ob ich mir den Review-Gedönse vielleicht aufhören soll oder es massiv runterfahre, dass ich wirklich nur alle zwei Wochen eins mache, um da vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür zu haben. Es steht aber wieder im Videospruch, weil ich halt einfach auch gerne die Sets baue. Ja. Und also nicht nur, weil ich sehr, sehr viele gestellt bekomme durch die Community, dass die mich supporten, Videos gucken und auch ab und zu meinen Affiliate-Link verwenden, auch wenn mir die Affiliate echt, muss ich offen und ehrlich sagen, das meine ich so, total egal ist. Mir ist nur wichtig, dass der Shop registriert das, der da reingekauft hat, von mir kommt, dann kriege ich nämlich weiterhin Sets zur Verfügung gestellt. Weil das ist für mich der größte Benefit für mich persönlich. Ich muss an dem Rotz, ehrlich gesagt, was das Thema angeht, YouTube-Berbung, ja klar, aber ich muss da nichts dran verdienen. Für mich ist der größte Benefit, dass die Ausgaben für das, dass ich das machen kann, niedrig bleiben. Somit ist für mich das finanzierbar, finanzierbarer, weil es ist einfach nur ein Hobby. und ich habe meiner Frau schon mal eine neue Kamera gezeigt, die ich vielleicht dieses Jahr ein Black Friday mir gönnen möchte. Da hat sie dann aufs Preisschild geguckt und hat gesagt, ja, wenn du willst und deswegen, das Zeug kostet ja auch alle Schweine, gell, es ist ein Hobby. Ja. Es ist einfach ein Hobby und das macht halt einfach einfach lauern. Du hast gerade schon das Wort Community erwähnt, da hast du dir ja eine sehr aktive im Prinzip aufgebaut mit vielen Kommentaren und wie viel Einfluss hat das auf was du zeigst, was für, oder wenn, jetzt nehmen wir mal Museumsgeschichten, wenn da Feedback kommt, wie viel Einfluss gibst du dem, wie weit lässt du das einfließen oder ist du, ja, nette Idee, kann ich mal überlegen, aber eigentlich ist es in meinem Kopf schon fertig. Also, wenn wir jetzt erstmal auf das Museumsthematik gehen, ich nehme mir dann schon viele Ideen zu Herzen und überlege die mir, sie müssen aber schon ins Grundkonzept passen. Also zum Beispiel, was in den ersten Hallen wirklich gar nicht war, im Gegensatz zu dem, was man jetzt auf der Ausstellung sieht, war so Thema Dekoration, also diese Munitionskisten da ein bisschen gruscht, hier ein bisschen was, dass das ein bisschen lebendiger wird. Gelegen, wie gesagt. Da geht es dann immer um das, sondern das ist wirklich das, was das aber noch ausmacht. Das war ironisch gemeint. Weil da kauft man dir den Print und dort den Print und dann Custom Part. Aber die Idee kam tatsächlich sehr stark aus der Community oder Kritik. Also wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich sage da nicht gerne meine Community, weil es sind Leute, die meine Sachen angucken. Es sind überwiegend 99% sehr nette Menschen mit am Start. Ich habe da sehr, sehr viel Glück. Was ich nicht gedacht hätte, habe ich schon ab und zu in meinen Streams gesagt, aufgrund dieses Content-Themas Militär hätte ich mit viel mehr Sorry Bullshit-Kommentaren gerechnet. Hat sich bis auf das eine Video, wo es natürlich ein bisschen für meine Verhältnisse als kleiner YouTuber viral gegangen ist mit dem U-Boot, wo halt innerhalb der ersten Tage über 10.000 Aufrufe hatte. Da waren aber auch nur zwei oder drei Kommentare dabei, wo daneben waren. Aber sonst hält sich das massivst in Grenzen und Feedback nehme ich eigentlich immer gerne. Ich fand es mal witzig, ich habe mal was probiert. Da hat einer gesagt, boah, die technischen Fakten, das nervt ihn voll, wo ich mir denke, okay, es hat mal vor Monaten oder es ist schon über ein Jahr her jemand gesagt, ob ich nicht Kapitelmarken einführen kann, gerade wenn man das nicht mag, dass man nicht so scrollen muss. Das habe ich seitdem durchgeführt und setze das konstant um, finde es auch gut, es ist nicht viel Arbeit und die Leute können dann einfach skippen. Das ergänze ich immer. Ja. Nehme es mir immer vor und vergesse es. Nee, das ist bei mir Geräuschungsmarkt ist eigentlich auch ganz gern. Ja, bei mir ist es tatsächlich eine Routine, was einfach sich dann, irgendwann mal hast du halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe so standardisierte Abläufe, wenn ich ein Video mache, ich mache das, dann mache ich das. Wenn das Video zum Beispiel rendert, mache ich parallel, brauche ich das Thumbnail und so Zeug. Und wenn ich das Video schneide, schreibe ich mir meine Timelines für diese Kapitel. und die sind ja auch recht standardisiert. Und es gibt immer eine Einleitung, es gibt immer im Bereich BA, also Bedienungsanleitung und Aufbau, weil da sage ich halt, was gut oder schlecht ist, dann das Modell, vielleicht Zubehör, vielleicht Funktionen, das ist immer Fragezeichen und dann halt noch mein Fazit. Ich schreibe immer mein Fazit, weil es ist halt meine Meinung zu dem Ding. Und die Leute sollen sich, sage ich immer, ihre Meinung bilden von dem, was ich sage, ich probiere da so wenig, wie es geht. Man kann es nicht immer vermeiden, aber ich probiere eigentlich kein beabsichtigtes Framing, weil jeder soll sich seine Meinung darüber bilden können. Und wenn dann halt da Sachen kommt, ich nehme mir das schon zu Herzen und gerade bei so Ideeneinwurf, zum Beispiel ist es immer noch was gewesen, hat sich aber nicht ergeben bis jetzt in den Projekten einen Spielplatz. So vielleicht so mit einer kleinen Panzerrennbahn, wo die Kiddies mit so kleinen Papppanzern rumfetzen oder so. Irgendwie sowas. Okay. Das hat sich auch bis jetzt so nicht ergeben. Ich habe es nicht vergessen. So ein Spielplatz, wo eine Kanone steht, wo man sich rausschießen lassen kann. Ja, so übertrieben. Jetzt nicht. Ich hätte tatsächlich eine von den Hidden Side Pulli weg, aber anderes Thema. Und doch, wenn es passt. Also es kommen immer wieder coole Ideen und ich habe mich auch schon oft von der Community inspirieren lassen und es macht mir auch Spaß und es freut mich auch. Ich interagiere auch so, wenn mich Leute aus der Community per E-Mail dann anschreiben, irgendeine Frage haben noch zu einem Set. Und wenn ich die Zeit habe, bemühe ich mich da eigentlich schon, weil das ist das, was mir eigentlich echt viel Spaß macht. Die Interaktion. Und es geht bei mir natürlich auch immer und wieder mal vielleicht was unter oder ich habe was vergessen. Ich bin halt auch nur ein Mensch und mein Hirn ist eh ein Sieb. Also ich habe so einen laufenden Terminkalender, der hat einen Ehering an. Und da ist das immer ganz praktisch, was das aber halt nicht mit in Begriff... Ehering. Und doch, ich finde es schon wichtig. Also mir macht es zumindest auch sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wenn es passt vom Thema, probiere ich es auch umzusetzen. Okay. Und Einfluss auf Set-Auswahl? Null. Null. Also tatsächlich nicht. Ich mache mir schon im Kopf, was könnte interessieren, wenn es jetzt gerade keine Sets gibt, die mich mega interessieren. Ich baue auch gerne, was ich aus den Feedbacks der Community mitbekomme in den Kommentaren, immer wieder mal Sets, wo ich weiß, dass 90% meiner Stammzuschauer sagen, nee, Alter, vergiss es. Da muss ich sagen, da nutze ich aber die Möglichkeit, einfach gewisse Sets bauen zu können, weil ich sie nicht bezahlen muss. Um herauszufinden, ist es gut oder schlecht. Ich sage immer, man kann erst motzen, wenn man es selber ausprobiert hat. Ja, sehe ich auch. Mein aktuellster Kandidat wäre zum Beispiel die Admiral Hippo von Kasi. Sie sieht sehr skurril aus. Sie war zum Bauen okay. Von der Steinequalität bin ich eigentlich bei Kasi bis jetzt noch nie ein Fan gewesen. Die sind steinequalitätstechnisch bei mir eigentlich auf dem Level von Guangguang. Bloß, dass Guangguang halt die geileren Designs hat, deswegen kommen die bei mir immer besser weg. Weil es sieht halt, beide habe ich nicht viel gebaut. Ja, das ist halt bei der Hersteller, Panlos kennst du jetzt auch. Panlos hat jetzt beim letzten Video, habe ich es gezeigt, der hat wieder Drucker. Keinen Stickerbogen dabei. Ich habe es gesehen, ja. Hat mich übelst gefreut. Das letzte Video mag schon ein bisschen weiter zurück sein, weil wir noch nicht genau wissen, wann diese Folge kommt. Aber eines der letzten Videos. Und da habe ich von Panlos ein aktuelles Set gezeigt und da waren auf einmal keine Sticker mehr mit dabei und darüber habe ich auch geschrieben. Hoffentlich kein One-Hit-Wonder, weil das war einfach cool. Ich bin bekanntlich ein Sticker-Hater, auch wenn ich als Werbemittel Aufkleber vom Soldiers Brickham-Bloge habe, aber das ist ein anderes. Merchandising gibt es übrigens in dem Link unten. Und ja, es ist halt dann schon immer ganz cool und ich baue halt das, auf was ich Bock habe. Deswegen gibt es ja auch dann ab und zu freitags, wird nicht viel geklickt, weil es nicht meine Hauptzielgruppe ist, sind die Farming-Videos. Ich mag aber Landwirtschaft. Fand ich schon immer interessant. Bin als Kind auch bei Verwandtschaft auf dem Bauernhof immer gewesen mit den Sommerferien. und wenn es da was gibt zu dem Themengebiet, dann mache ich da auch ein Video drüber und zeige das auch gerne. Und also, wie gesagt, auf meine Set-Auswahl hat die Community nur sehr wenig bis gar keine Auswirkungen. Also, das Einzige, was es gibt, was ich ab und zu mal mache, wenn ich es nicht vergesse, wenn ich mehrere Sets da liegen habe, gibt es bei mir unter den Kanalmitgliedern, mache ich dann einen Community-Post für die Kanalmitglieder. Die können die Reihenfolge bestimmen. Dann kann ich sagen, du, ich habe jetzt die fünf neuen Sets oder die drei oder die vier neuen Sets da, welches interessiert euch am meisten? Und dann zeige ich das als erstes, was dann halt am höchsten gewählt wird. Das schon. Also, die Reihenfolge, aber, oder wenn jemand halt dann schon sagt, ich hätte das und das Set, könntest du das mal zeigen? Und es steht sowieso, also die meisten, muss ich sagen, wenn so Anfragen kommen, also zu 99 Prozent, es steht es eh auf meiner Liste, was dann gefragt wird. Und wenn es nicht auf meiner Liste steht, es gibt ein Set, was man mir schon öfters mal angeraten hat, gerne zu bauen. Und es ist, ich glaube, die Limits ist es von Blue Bricks, ein großer Flugzeugträger. Ein Riesentrum, soll mega cool sein. Nee. Also nett, weil ich ihn selber kaufen müsste. Kein Thema. Ich habe von Blue Bricks ein Set, wo es die Community gesagt hat, na, das müssen wir nicht sehen. Das habe ich gekauft. Komm, kann ich gleich noch spoilern. Muss ich zum nächsten Mal bauen. Aber die habe ich nicht gekauft, weil ich wüsste nicht, wo ich dieses Riesentrum hinstellen soll. Amerikanisches Schiff ist eigentlich eh nicht so mein Thema. Und, ähm, darum, nee. Ja, der Platz ist so ein echtes Thema. Das ist es ja. Meine U-Boote war jetzt so ein anderes Thema. Also, das Typ 7C, das von Parnas hat mich halt gecatcht, fand ich mega geil. War ein super geiles Set zum Bauen. Dann habe ich ja noch den Mock gebaut, wo du mich da unterstützt hast. Ähm, von dem Typ 7C, wo ich mittlerweile sage, der Mock gefällt mir wäre wie das Set. Okay. Und die stehen beide draußen nebeneinander auf dem Regal und nehmen viel Platz weg, sind aber super schön und dann, wie soll ich sagen, dann nehme ich den Platz gerne dafür weg. Aber sonst musst du ein bisschen aushalten. Aber ich habe mir von Blue Bricks den ferngesteuerten Leopardpanzer gekauft. Oh, da habe ich im Video gefragt, wo ich ein, von Sembo, ein Typ 99A, also von den chinesischen, der Kampfpanzer, ja, auch motorisiert, gezeigt habe, ob ich den verlaube, ob ich den zeige, so oder nicht. Und dann haben halt viele, der sieht jetzt so gut aus, musst du nicht. Ja, dann habe ich halt zufällig, bin ich daran vorbeigelaufen und dann ist der mir in eine Einkaufstüte gefallen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bohrt man doch mal. Also, deswegen sage ich, so viel Ausdruck hat es tatsächlich nicht. Jetzt kommen wir dann eh bald langsam zum Ende, aber das heißt ja, das Format heißt ja auf ein Getränk und nicht auf einen Abend, aber wie hat sich für dich die Community die letzten, oder nach Corona verändert, so die letzten zwei Jahre, hast du da irgendwie, vorher war es so, jetzt ist es so, oder die ist einfach nur größer geworden oder kleiner geworden, hast du da irgendwie verändern? Also, ich bin der Meinung, dass zumindest mein Kanal nicht Corona gepusht ist, weil ich recht zum Ende von Corona angefangen habe. Ja. Somit habe ich da schon das gemerkt, dass das Hobby schlagartig bei vielen Leuten wieder weggebrochen ist, weil es wirklich eine Übergangslösung war. Mhm. Die Community hat sich schon ein bisschen eingeschlankt zu denen, was man von während Corona kernte, allgemein auch, so wenn man in den Communities diverser Discords und Co. unterwegs war, Foren, ist das alles ein bisschen wieder auf einen härteren Kern zusammengeschrumpft, was ich aber jetzt gar nicht so negativ sehe. Es gibt trotzdem immer wieder Leute, die neu dazukommen. Ja. Und ja, auf YouTube das Wachstum ist natürlich dadurch langsamer. Jetzt im Sommer ist es eh wieder so, dass natürlich viele alles machen, aber nicht irgendwie solche Videos anschauen. Ist aber auch, finde ich, vollkommen okay. So, ich bin eigentlich sehr happy, wie es ist. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich es bis zu meinem Geburtstag dieses Jahr auf die 2000 Abonnenten schaffe. was mir halt auch wichtig ist, ist nicht die Abonnentenzahl, sondern, dass die Videos dann halt auch angeguckt werden oder es die Leute interessiert. Und lieber habe ich wenig Abonnenten mit Leuten, die gucken, die auch kommentieren mal, wenn sie Bock haben oder was einfilmen fällt. Ich bin das beste Beispiel. Ich gucke von vielen Freunden, die YouTube machen Videos. Wenn ich Zeit habe, 99% kommentiere ich nicht. Daumen vergesse ich nie, aber 99% kommentiere ich nicht, obwohl ich als Content Creator weiß, wie wichtig dieses verschissene Kommentar ist. Ja, ich muss mich da auch immer an der Nase packen, ist bei mir ähnlich. Ja, aber wenn du halt nicht weißt, was du schreiben sollst, dann ist das doof. Und darum, bei mir ist, ja, bei mir ist, ich gucke 80% der Sachen am Smart TV und dann musst du den Laptop aufmachen und da was tippen. Also es ist eher so halt Sofa fliegen und da gucken, Ersatz. Und das ist immer eine Hürde. Okay, ich gucke meistens, also ich gucke, konsumiere YouTube eigentlich überwiegend über Handy, über das Handy tatsächlich. Also Streams gucke ich mir manchmal hier schon am Rechner an, weil ich dann parallel entweder hier oben am Bautech bau oder irgendwie noch was zock oder so. Aber sonst Videos gucke ich mir standardmäßig auf dem Handy an und da wäre es eigentlich kein Problem zu kommentieren. Aber ich vergesse, deswegen freue ich mich auch immer, wenn Leute sich die Mühe machen. Ich finde, ich habe einen Zuschauer, da freue ich mich jedes Mal, weil er hat so einen Standardtext. Daumen hoch und Kommentar für den Algorithmus, ja, das ist immer das Teil. Ja, das habe ich auch in mehreren Videos gesagt. Ich glaube, den gleichen Kommentar kriege ich auch immer. Grüße gehen raus. Es ist tatsächlich so vier Worte Support, also es gibt, das kommt eigentlich so aus der Gaming-Szene, irgendwie auf Englisch im Prinzip Four Words for the Algorithm, weil es eben vier Worte mindestens sein müssen, damit der Kommentar von YouTube zählt und das sich so ein bisschen eingebürgert hat, als das ist so das Mindeste, was man tun sollte, um Respekt zu zollen. Aber ich bin da auch schlecht. Wahrscheinlich sollte ich mich einfach mal am nächsten Morgen hinsetzen und das, was man am Abend vorher geguckt hat, genau das machen. Ja, wie gesagt, deswegen verstehe ich es auch, wenn es dann viele mal nicht machen und darum freut es mich eigentlich auch umso mehr, weil man weiß, wie man selber manchmal tickt, wenn dann kommentiert wird. Ich bin auch einer, der, ich glaube, ich habe jetzt einmal einen Kommentar nicht gelöscht, sondern ich habe die Person des Kanals verwiesen. Ich lasse sehr viel über mich hier gehen, nur wenn es dann irgendwann mal wirklich sehr persönliche Angriffe sind, dann sage ich, ey, muss ich mir nicht geben, ich lasse es zwar immer am Anfang der Transparenzgründe erstmal stehen, aber es kann dann schon sein, dass das Kommentar nach ein oder zwei oder drei Wochen rausfliegt. Das hat aber überwiegend den Grund, wie gesagt, ich konsumiere YouTube übers Handy, auch YouTube Studio, das ist das Verwaltungsprogramm für die Content Creator und dann wird mir die ganze Zeit, wenn ein Kommentar nicht beantwortet wird, weil ich auf so Sachen ja dann nicht reagiere, ich sage immer, fütter nicht den Hater, wird es mir mal angezeigt als nicht bearbeitetes Kommentar, das geht, das triggert mich unheimlich und die Stammhörer und Zuschauer von meinem Kanal wissen ganz genau, dass ich da an so Punkten ein bisschen Probleme habe und darum kann das dann mal passieren, aber sonst lasse ich das immer stehen, weil egal ob positiv oder negativ, man darf auch die negativen Sachen sehen und manchmal entwickeln sich witzige Diskussionen draus, das ist dann auch immer ganz lustig anzugucken. Ja, manchmal übernimmt die Community. Ja, das stimmt. Lass uns auf. Was hättest du sagen, ein Menschen, der anfängt, sich für die alternative Welt von, also abseits von Lego zu interessieren oder es mocken anfängt oder mit YouTube anfängt, hast du noch weise Tipps für Menschen, die da neu rein stolpern in diese Themen? Tu es einfach nicht. Kauf es jetzt, baue sie, sei froh und lass es. Kostet viel Zeit. Okay. Kostet viel Geld. Nein, es ist so, also man muss sich das halt bewusst sein und wenn, dann muss man es auch wollen und darf sich nicht von jemandem treiben lassen. Ich habe es schon bei einem oder anderen mitbekommen, die dann irgendwie nach und nach genötigt werden, ja mach doch mal, mach doch mal Video oder mach mal Sell oder weil dann manchmal immer die Kommentare kommen, ja, ich kann das nicht oder ich mache halt kein YouTube, wenn ich halt in Communities auf dem Sprachchat auch unterwegs bin und da manchmal sehr relativ, mal Zeiten recht präsent, manchmal wieder nicht so, dann sagt, das ist doch shit egal, wenn ich irgendwo im Discord bin und quatsche, das ist doch shit egal, ob jemand nur, daheim nur, ist ein falsches Wort, ob jemand Sets baut, ob jemand mockt, ob jemand YouTube macht, das macht einen nicht besser oder nicht hochwertiger oder nicht schlechter, wenn man nur das eine oder das andere macht, macht das, wo ihr Bock drauf habt, wenn ihr dafür brennt, dann guckt euch mal erstmal tatsächlich ein bisschen Videos an, es gibt zum Thema Content Creation, mittlerweile sehr, sehr informative Geschichten, Nielsen, ich kann die Nummer nicht aussprechen, einfach Nielsen bei YouTube eintippen, was zum Thema Technik angeht, super YouTube-Kanal, der hat nämlich viele gute Videos auch zum Thema Low Budget, man braucht kein Bums Mega-Equipment, wenn man mit dem Käse anfängt, erst recht, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe da so eine kleine Community, die streamen regelmäßig, wie zum Beispiel Klotzki seinen Standtisch und ich möchte da gerne mal auch mit dabei sein, da braucht ihr nicht die High-Technik, das geht wirklich mega-simple, wichtiger ist immer Ton wie Kamera, das könnt ihr euch merken, gerade bei sowas, ich persönlich und das haben wir auch schon oft gemerkt im Feedback, wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit unseren Streams von Glambo Steine im Untergrund, wenn das Bild mal kacke ist, beschweren sich recht wenig, wenn der Ton scheiße ist, ein Knacken, Störgeräusche drauf, das geht dir auch persönlich beim Zuschauen so dermaßen auf den Zeiger irgendwann, erst recht, wenn du, wie ich hier, Kopfhörer mal auf hast und das sollte wichtig sein, also lieber ein Zehner dann für ein vernünftiges Mikro und 10 Euro mehr für ein günstiges USB-Mikro kostet nicht mehr die Welt, ausgeben, wie sich eine 500 Euro Webcam kaufen oder irgendein Rotz, nee, lieber so eine 30 Euro Webcam, die einfach, beim Licht ist immer wichtig, wenn man bloß eine Tischlampe nimmt von daheim, eine Schreibtischlampe, weil ohne Licht kann die geilste Kamera auch kein gutes Bild machen und deswegen Ja, man braucht nicht überall das, das teuerste auf keinen Fall und ich würde auch sagen, Licht und Mikrofon geht über die Qualität der Kamera Ja, weil, wenn ihr kein Licht hast, das habe ich am Anfang gehabt, ich habe hier zwei Logitech Webcams, also auch nicht das teuerste, sondern eine Streamcam und eine 10, 29 oder wie die heißeste, die ich von dir damals gekriegt habe, reicht vollkommen, reicht, finde ich vollkommen, aber ohne Licht können die Kameras nichts und wenn ihr, wie gesagt, am Anfang nur eine Stehlampe nehmt, Ton ist wichtig, gibt es auch günstig, macht euch da nicht so ein Hehl, das bessere Equipment kommt dann mit dem je nachdem, wie identensiv man das macht, ich lebe schon immer nach dem Motto, die Qualität des Equipments bei mir, egal ob es ein Akkuschrauber ist oder ob es irgendeine andere Anschaffung ist, wird bei mir immer abgewogen vom Verhältnis, wie oft nutze ich das, also benutze ich das Werkzeug täglich, dann kaufe ich was Gescheites, benutze ich das Werkzeug alle paar Monate, dann soll es nicht auseinanderfallen, wenn ich es benutze, da muss das aber nicht a schweine Geldkurs bei Klempostein, muss ich sagen, kauft nicht so viel am Anfang, macht langsam, muss ich ehrlich sagen, da wichtig, ich glaube, sagt Soldier, nee, aber ich glaube, das habe ich jetzt auch erst wieder richtig lernen müssen, ihr werdet am Anfang, wenn ihr in dieses Alternative reinkommt, also wenn ihr sagt, dicht nur Lego ist interessant, ich möchte mal auch andere Hersteller probieren, werdet ihr tatsächlich, was die Vielfalt angeht, erschlagen und bleibt eurem Weg treu, eurem Themengebiet treu, macht nicht zu viele Ausreißer, weil das könnte sonst echt im Chaos enden und ich habe mich da auch zurücknehmen müssen, weil du fängst da halt dann auch noch vielleicht irgendwann die sammeln an und sagst, boah, cool, ich möchte jetzt hier mit meinen Brickheads so, Brickheads, cool, Brickheads, mir gefallen sehr viele, finden sehr scheiß, äh hässlich und dann fängst du an, dann brauche ich den noch, dann brauche ich den noch und das und sel so, wenn du es jetzt nicht nur mit Brickheads hast, weil du sagst, ich finde auch noch Speed Champions cool und ich finde das noch gut und wenn ihr den Platz dafür habt und ihr denkt am Anfang, ihr habt den Platz dafür, aber auch ein Einfamilienhaus ist schneller voll, wie ihr denkt. Absolut, aber das ist so ein Mocken ist eine andere Nummer, wenn ihr Bock drauf habt, erstmal normale Sets bauen und wenn man die, einfach die mal im Motten, ich würde mir erstmal mit dem Motten anfangen und dann, da spricht jemand mit Erfahrung, liebe Leute, wenn ihr Bock auf dieses Format, im Format auf ein Getränk mit habt, dann schreibt es gerne mal unten rein und auch gerne, wen wir uns da mal einladen sollen, solcher war heute wegen Zahnschmerzen nicht so voll aktiv, aber ich glaube, wir haben viel über mich erfahren. Aber das glaubt dir heute eh keiner, weil die kennen meine Redenfluss, also auch wenn du heute keine Zahnschmerzen gehabt hättest. Ja, stimmt, ja, kennen wir ja vom Stream, wenn es um Kobi oder Militär geht oder andere Dinge. Du meinst die Monologe? Die Monologe, ja. Hast du das Gefühl, dass wir irgendeine wichtige Facette an dir vergessen haben? Nö, ich glaube nicht. Wir haben am Anfang ein bisschen, hat man mal einen Einblick bekommen, was man sonst in Streams vor mir nicht hört, weil eigentlich halte ich, was das Thema angeht, das ist ja ziemlich inne. Kann man mal ein bisschen Historie erfahren, wie das denn das Ganze so bei mir zustande gekommen ist. Okay. Und wenn ihr sonst was wissen wollt, schreibt es einfach unten rein. Mal gucken, ob ich es warte. Und wenn ihr das Format gut findet, wie es dir da noch Gürgler sagt, dann haut es auch gerne mal rein. Das war heute eher mal so eine spontane Geschichte, dass wir erst mal die Leute interviewen und vielleicht alle, vielleicht auch nur ein Teil, die eh hier mit am Start sind. Aber eigentlich ist der Fokus auf Gäste, Leute, die ihr sonst, sonst nicht kennt. Mal gucken, ob wir aus denen ja was rauskitzeln können. Genau so ist es. Ich würde sagen, das war der Klemmbausteine unter dem Podcast. Wir gucken, was in zwei Wochen kommt. Ich glaube, der Livestream hat auf jeden Fall Sommerpause, wenn diese Folge kommt. Jo. Aber sehen tun wir uns dann demnächst und hören wieder in zwei Wochen beim Podcast. Solcher lieben Dank. Ich habe zu danken. Dann haut rein, Leute. Wir sind raus. Klemmt doch nicht die Finger ein. Ciao. Ciao.